Sooo, und damit herzlich willkommen hier zu Moris Rap Battle. Ja, ich hab mir gedacht, ich mach mal mein eigenes Rap Battle Turnier für Anfänger. So, kommen wir mal zu den Voraussetzungen. Also es gibt kein Mindestalter. Also es kann jeder mitmachen, egal welches Alter. So, eine weitere Voraussetzung ist, dass man nur Free oder eigene Beats benutzt. Mit dem Namen vom Producer, also immer schön mitschreiben. Teams sind nicht erlaubt. Die Qualifikation sollte mindestens 60 Sekunden lang gehen. Die Qualifikation muss nicht exklusiv sein, das ist eigentlich vollkommen egal. Ja, und einsenden könnt ihr das Ganze unter der E-Mail moribattle at gmail.com. Ich werd euch das Ganze auch nochmal einblenden und in die Videobeschreibung packen. Ja, schreibt dann als Betreff einfach MRB Qualifikation. Und ja, ich hoffe mal, es machen viele mit. Ich hab mir so erhofft, 16 Teilnehmer zusammenzukriegen. Das wär auf jeden Fall super. Und ja, also reicht fleißig ein. Ich freu mich auf euch. Ciao. Ciao.